Herr Borchardt, gleich beginnt Ihr Konzert If I Sing. Sind Sie nach mehr als 20 Jahren eigentlich noch nervös? Ja, bin ich. Ich bin sehr nervös vor Auftritten, eigentlich vor jedem. Und inzwischen ist es aber so, dass ich bei solchen Sachen wie If I Sing, bei solchen Konzerten, bin ich, sage ich jetzt mal, positiv nervös. Also es ist jetzt keine richtig schlimme Premieren-Nervosität, wie ich sie eben bei großen Musical-Premieren zum Beispiel habe. Worin liegt der Reiz, Konzerte zu geben? Also Konzerte sind mir schon lange ein Bedürfnis. Ich habe ja sehr früh angefangen mit dem Klavierspielen und war dann in verschiedenen Bands, habe eben selber die Songs dafür komponiert. Und ich konnte es immer gar nicht abwarten, damit auf die Bühne zu gehen. Das heißt also, in meinem Herzen bin ich eigentlich auch immer noch ein Musiker, sogar eigentlich immer noch ein alter Rocker. Ja, und die Konzerte, die ich mache, ganz egal, ob das jetzt Musical ist oder auch meine Songs, was auch immer es ist, das hat doch schon eine tiefe Befriedigung dann für mich. Es ist eben auch ein schöner Ausgleich zu dem, was ich sonst mache im Musical. Denn das ist zwar auch wahnsinnig spannend, ganz klar, und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr liebe, in Rollen hineinzuschlüpfen. Aber eben das ist ein tolles Kontrastprogramm hier im Konzert. Da spiele ich keine Rolle, sondern da bin ich Thomas Borchert, pur. If I Sing ist eine Konzertreihe, die mehr als 20 Jahre zusammenfasst. Gibt es für Sie ein Wort, was diese 20 Jahre irgendwie zusammenfassen kann? Nein, mit einem Wort kann man das bestimmt nicht zusammenfassen, auf keinen Fall, nein. Also da gibt es bestimmt ganz viele Worte, aber sagen wir es mal so, ich bin da jetzt eher gerade sprachlos. Lassen Sie uns einmal gemeinsam zurückblicken. 1988 wurden Sie an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg aufgenommen und starteten bereits im Studium Ihre eindrucksvolle Karriere. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Rolle als Rumtum Tiger in Ketz, Ihrem ersten Engagement 1990? Viele schöne Erinnerungen. Erstmal natürlich dieses Abenteuer, dass man sich selber schminken musste. Das wissen ja viele gar nicht, dass diese unglaublich tolle und fantasievolle Schminke von den Darstellern selber gemacht wird. Das kriegt man am Anfang gezeigt und dann muss man es immer selber machen für jede Show. Ich weiß noch, wie ich am Anfang, weil ich bin Perfektionist ja eigentlich in allem, was ich mache. Das ist mir manchmal auch sehr im Weg. Insofern wollte ich das natürlich auch unglaublich toll machen und ich weiß noch, wie die Schminke am Anfang fast zwei Stunden gebraucht hat. Ich musste wahnsinnig früh ins Theater, damit ich das alles auch so hinkriege, dass ich auch zufrieden bin damit. Das heißt, also das war schon mal so der erste große Teil, bevor man dann überhaupt auf die Bühne ging. Natürlich habe ich auch andere große Masken schon gehabt, aber die habe ich natürlich alle nicht selber schminken müssen. Das ist das eine und dann das andere vielleicht einfach nur, das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Der Rum-Tum-Tugger ist einfach eine riesige Spaßrolle, ist ja so ein bisschen der Rock-Kater, der Verrückte und das lag mir einfach wahnsinnig. Und ja, es war eine ganz, ganz tolle Zeit, aber eben auch eine sehr lehrreiche und harte Zeit, denn gleich in meinem ersten Engagement musste ich achtmal die Woche auf der Bühne stehen. Da gab es kein Pardon. 1991 standen Sie als Snoopy in Du bist in Ordnung, Charlie Brown, Frankenfurter in der Rocky Horror Show und 1992 hat Judas den Jesus Christ Superstar auf deutschen Bühnen, bis es im selben Jahr nach Wien ging. Sie verkörperten dort Lucchene sowie die Rolle des Todes in derselben Produktion. Kommt man da nicht durcheinander? Ja, nein, eigentlich bin ich nicht durcheinander gekommen zum Glück, aber es gab eine Show, in der viele krank waren. Es war so ein Grippereigen und der Tod war auch schon halbtot in der Pause. Das war auch schon die zweite Besetzung, weil die erste nämlich schon zu Hause geblieben war. Und ich hatte an dem Abend den Lucchene gespielt, eigentlich. In der Pause musste dann der Tod aufgeben und dann wurde ich gefragt, ob ich denn schnell im zweiten Teil einspringen könnte. Es war dann so, ich habe im ersten Teil den Lucchene gespielt, im zweiten Teil den Tod und es musste dann für mich jemand aus dem Ensemble nachrücken, der dann wiederum den Lucchene für mich gespielt hat. Das Lustige an der Sache war nur, ich bin ja ein ziemlich langer Lulatsch und das heißt, wir hatten im ersten Teil einen langen Lucchene und im zweiten Teil hatten wir einen kurzen Lucchene. Der Kollege war eher von kleiner Statur und genau so das Gleiche noch umgekehrt beim Tod. Der Tod im ersten Teil war eher kleiner und im zweiten Teil war es dann ich als langer Lulatsch. Also das muss für das Publikum auch sehr lustig gewesen sein. Die mussten auch gedacht haben, wow, wie geht das denn jetzt? Obwohl gut, beim Tod kann man es ja noch verzeihen, der kann ja in allen Gestalten kommen. Sie sind ein vielfältiger Musiker und hatten mit acht Jahren schon Klavierunterricht. 1994 erlernten Sie für das Musical Batty das Gitarrenspiel. Viele Songs Ihrer Alben stammen aus Ihrer Feder. Woher kommen die Ideen? Die fliegen mir eigentlich zu. Die kommen tatsächlich einfach so. Das kann sein, dass es auf dem Klo passiert oder beim Spazierengehen oder in ungeahnten Situationen hat man plötzlich eine Songidee. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich einfach mal wieder am Klavier sitze und vor mich hin improvisiere und dann kommt plötzlich ein Song dabei raus. Sie spielten in den Jahren 1996 bis 1999 Che Guevara in Evita, den Tod in Elisabeth und Jean Valjean in Les Miserables, bis Sie sich 1999 als Coloredo in Mozart bewarben. Sie wurden aber zunächst als Vater Leopold besetzt. Was war da los? Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich hatte ja zu der Zeit, als die Auditions liefen, noch in Duisburg Jean Valjean in Les Miserables gespielt und hatte dementsprechend auch ein anderes Aussehen als normal, als man mich so kannte. Ich hatte natürlich einen dicken Bart im Gesicht und bin dann so zur Audition gegangen. Ich konnte das Ding ja nicht einfach abrasieren, ich musste ja weiterspielen. und komme also zur Audition und die sogenannten Creatives, wie man so schön sagt, das Leading-Team hatte gerade Pause gemacht und kam mir durch Zufall im Gang entgegen. Und da ich ja nun Harry Kupfer auch schon von Elisabeth kannte und eigentlich auch die ganzen anderen, gab es dann erstmal ein großes Hallo, ach Mensch, hallo Thomas und so, wie geht's? Und dann guckte mich Harry Kupfer ganz eindringlich an und sagte dann zu den anderen, Mensch, wofür singt denn der Junge vor? Und dann sagte Kaspar Richter, der musikalische Leiter zu ihm, ja, der singt für den Coloredo vor. Guckt er mich nochmal an, sagt dann, nee, Junge, hör mal, du siehst so gütig aus. Nee, sing mal für den Vater vor jetzt. Und so kam es eigentlich, dass ich dann zumindest zunächst nicht den Coloredo, sondern eben den Vater Mozart gespielt hatte. Also ich musste natürlich erstmal noch Audition machen, also das blieb mir selbstverständlich nicht erspart. Ich musste nur dann schnell umswitchen und habe dann eben auf die Schnelle mit dem Pianisten einen ganz anderen Song eingeprobt, als den, den ich vorbereitet hatte natürlich für die Audition. Ja, und dann habe ich es bekommen und habe dann den Leopold Mozart gespielt. Aber wie es ja lustigerweise so war, zumindest bei den Vereinigten Bühnen, war es dann eben wieder so, genau wie bei Elisabeth, war es dann auch bei Mozart, da habe ich dann letzten Endes auch wieder zwei der männlichen Hauptrollen gespielt. Und ja, und im Endeffekt bin ich natürlich wahnsinnig dankbar, dass das so war. Aber es ist schon lustig, dass das dann in der zweiten großen Produktion eines Levi-Kunze-Stückes eigentlich schon wieder so passiert ist. Das Musical Judy, Somewhere Over the Rainbows, der Musical, das nur von zwei Personen gespielt wird. Dabei mussten Sie 2001 aber in acht männliche Rollen schlüpfen. Wie behält man da den Überblick? Das war sicherlich eine der größten Herausforderungen für mich, vor allem, weil es in so einem kleinen Rahmen war. Ich mag solche Kammerspiele. Und es war ja für mich auch weniger Musical, sondern viel mehr Schauspiel angesagt. Also die ganzen Lieder, die hat selbstverständlich die Ruth Brauer gesungen, als Judy Garland auf der Bühne. Und ich hatte eigentlich zum größten Teil Sprechrollen. Also alle acht Rollen, die ich gespielt habe, waren eigentlich Sprechrollen. Gesungen habe ich nur ganz wenig, habe aber natürlich auch noch Klavier gespielt, weil ich ja auch noch den Pianisten von Judy Garland gespielt habe. Ich liebe sowas. Für mich sind Herausforderungen das Wichtigste in meinem Beruf. Ich brauche immer wieder neue und es kann gar nicht genug sein. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten von Herausforderungen. Das kann auch nur, das heißt nur, das kann eine einzige Rolle sein, die aber so komplex ist und die einen so vereinnahmt, wo man so eine unglaubliche Konzentration braucht, um sie allabendlich zu spielen und Kraft braucht. Oder es kann eben so etwas sein wie Judy Somewhere Over the Rainbow, wo man dann eben ganz schnell umschalten muss von einer Rolle zur nächsten. Das sind ganz verschiedene Herausforderungen, denen ich mich immer wieder sehr gerne stelle. Für Dr. Jekyll und Mr. Hyde übernahmen Sie 2001 bis 2003 die Titelrolle, für die Sie von den Lesern der Zeitschrift Musicals als bester Darsteller 2002 ausgezeichnet wurden. Was bedeuten Ihnen Preise? Also dieser Preis hat mir sehr viel bedeutet, weil es ein Publikumspreis war. Und das spricht ja schon so für sich, denke ich. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man so eine Bestätigung bekommt für das, was man tut. Denn für wen machen wir das? Fürs Publikum. Seit 2003 sind Sie immer wieder in die Rolle des Grafen von Krolok in Tanz der Vampire geschlüpft, spielten diese Rolle nicht nur in Deutschland, sondern auch in Wien. In wenigen Tagen sind Sie wieder als Grafen Berlin zu bewundern. Ist die Rolle des Grafen eine Ihrer Lieblingsrollen? Absolut, ja. Ist sie. Welche Rolle hat Ihnen in mehr als 20 Jahren besonders viel bedeutet? Ja, darauf kann es eigentlich nur eine Antwort geben, obwohl es selbstverständlich einige Rollen gab, die mir sehr viel bedeutet haben. Aber eine sticht natürlich extrem raus und das ist der Graf von Monte Cristo. Ich kann es manchmal immer noch nicht fassen, dass mir das wirklich passiert ist. Das klingt auch wie ein Märchen. Dass Frank Wildhorn mir eine Rolle auf den Leib geschrieben hat, das ist schon unglaublich. Also natürlich Frank Wildhorn gemeinsam mit dem Autoren. Und das ist für mich bis heute immer noch unfassbar. Es ist nicht nur, dass diese Rolle für mich geschrieben wurde, sondern eben auch Thema Herausforderung ist sie garantiert auch bisher die größte Herausforderung in meiner Karriere gewesen. Denn nicht nur gesanglich musste ich da immer wieder an meine Grenzen gehen, was ich sehr gerne tue, sondern eben auch körperlich. Und ich musste extra nochmal richtig fechten dafür lernen. Ich musste auf der Bühne kämpfen, herumfallen. Also im Grunde genommen musste ich gleichzeitig noch ein Stuntman sein. Und ich glaube, mir fällt im Moment keine andere Rolle ein. Vielleicht gerade noch Jekyll and Hyde. Das war auch ziemlich heftig, die so viel von mir als Darsteller abverlangt hat. Aber das meine ich jetzt durchaus positiv, weil wie ich schon vorhin sagte, ich liebe nichts mehr als die große Herausforderung. Und ich liebe nichts mehr, als wenn ich auf den Brustwarzen aus einem Theater herausrutschen muss. Total K.O. und fertig, aber überglücklich. In den letzten Monaten haben Sie als Musical Rebecca als Maxim de Winter auch in Deutschland populär gemacht. Gibt es eine Rolle, die Sie unbedingt noch spielen möchten? Also es gibt auf jeden Fall noch Rollen, die ich gerne spielen möchte. Da fällt mir zum Beispiel Sweeney Todd ein. Aber natürlich gibt es auch noch vieles andere, was mir jetzt vielleicht nur gerade nicht einfällt. Aber auch im Schauspiel vor allen Dingen gibt es einiges, was ich machen möchte. Und ganz besonders, ja, ein Traum von mir, einmal den Macbeth spielen. Bin großer Shakespeare-Fan. Ja, dann habe ich noch einen Traum. Vielleicht schreibe ich mir eines Tages meine eigene Rolle auf den Leib. Denn ein eigenes Musical zu schreiben, das wäre auch noch was. Vielleicht gelingt mir das ja nochmal auf meine alten Tage. Herr Borcher, wir bedanken uns vielmals für dieses interessante Interview und freuen uns jetzt auf Ihr Konzert. Für diejenigen, die bei unserem Gewinnspiel diesmal kein Glück haben, hier noch einmal die Konzerttermine. Thomas Borcher ist mit seiner Konzertreihe If I Sing am 1.9. im Admiralspalast Berlin und am 22.9. in der Philharmonie Stuttgart zu erleben. Tickets gibt es unter soundofmusic.de. Vielen Dank. Ich bedanke mich und ich wünsche allen sehr viel Spaß bei meinen Konzerten. Kommt, kommt, zahl.